Wir sind kurz vorm Finale, da steht uns nur noch eine Folge bevor und den Grünen geht es glaube ich schon bald richtig an den Kragen und ich freue mich so. Aber bevor wir nächste Woche über das Finale sprechen, sprechen wir erstmal über Folge 7 oder wie ich sie nenne, Drachenzähm, nicht ganz so leicht gemacht. So Leute, ich hoffe ihr habt euch langsam schon an uns beide gewöhnt. Wir sprechen natürlich auch in den letzten beiden Folgen noch zusammen über House of the Dragon. Die Grüße gehen natürlich raus an unseren liebsten Yves, den wir schon freudig am Donnerstag um 17 Uhr im Livestream erwarten. Schaltet alle rein, wir haben es zwar schon oft genug gesagt, aber es ist echt nicht gelogen, wenn wir sagen, wir haben ein paar schöne Sachen vorbereitet. Es wird emotional. Es wird emotional, es werden Tränen fließen und ihr seid hoffentlich von zu Hause, vom Sofa oder sonst wo mit live dabei. Aber jetzt seid ihr erstmal hier dabei, während wir über House of the Dragon Folge 7 sprechen, die vorletzte Folge der zweiten Staffel. Und wir gehen auch wirklich schon direkt in die Story rein, also an alle, die sich noch erinnern. In der Folge davor endete es damit, dass Rhaenyra mitsamt ihres Drachens losgeflogen ist, als sie gehört hat, dass Seasmoke jetzt auf einmal einen neuen Reiter hat. Und da springen wir auch schon direkt voran. Ich habe mich schon gewundert, dass wir wirklich sofort da sind. Sie konfrontiert Adam und denkt sich natürlich zuerst, okay, wer ist dieser Typ? Will der mir jetzt gefährlich kommen? Auf welcher Seite ist er und warum hat er hier meinen Drachen? Und es ist aber zum Glück auch schnell geklärt, dass er ihr nichts Böses will. Er sagt auch, dass Seasmoke ihn ausgesucht hat und dass er kein Nobleman ist, sondern ein bürgerlicher, ein vom kommenden Volk. Er sagt aber noch nicht, wer sein Vater ist. Ich habe ihn ja auch letzte Woche ein bisschen unter Verdacht gestellt, dass er halt der Machthungrige ist von den beiden Brüdern. Ich bin gespannt, er wirkt ja jetzt schon ein bisschen gesetzter, was er machen möchte und jetzt verdächtige ich ihn nicht mehr so. Aber vor allem geiler Shot, mit dem wir einsteigen. Ich finde diese Shots auf Dragonstone immer, das ist immer diese ASMR-Shots, auch mit dem Sounddesign und sowas, wo ich morgens denke, jeden Montag geil, wir sind wieder da. Er ist nicht dem Drachen gefolgt. Seasmoke hat ihn ausgesucht, weshalb sich Rhaenyra denkt, okay, da sind die Götter im Spiel. Das muss doch irgendwie von oben eine höhere Macht gewesen sein, die gesagt hat, der soll das sein. Und sie denkt sich dadurch halt jetzt auch ihren ganzen Plan nochmal ein bisschen über und sagt noch, let us raise an army of bastards. Also sie ist jetzt bereit dazu, bei den Bastarden zu suchen und davon gibt es ganz schön viele, denn die Targaryens sind keine Kinder von Traurigkeit und auch nehmen es mit der Ehe nicht ganz so ernst. Und ja, auf Rat von Mysaria setzt sie dann wieder die Spinnen ein und ich liebe es immer, wenn die Szenen zeigen mit den Spinnen. Ich bin auch, ey, ich bin richtig Mysaria-Fan geworden mittlerweile, also ich feiere sie so, ich mag, sie ist ja nicht so viel in der Folge da, aber sie hat immer sowas Ausgeklügeltes, so, was wir auch letzte Woche schon meinen, sie ist so ein Peak-Game-of-Rones-Charakter, den man nie einschätzen kann, was sie eigentlich machen möchte als nächstes. Ja, und sie hat jetzt halt die Lösung und sagt, lass doch mal hier in King's Landing meine Spinnen ausfahren und dann sagen die einfach allen Leute, Rhaenyra selbst, ungelogen, sie ist auf der Suche nach dem Germany's Next oder Westeros Next Bastard, kommt alle vorbei und seid beim Drachen vorsprechen. Und da sehen wir einige, unter anderem eben auch zwei bekannte Gesichter, nämlich Ulf. Ich finde es nach wie vor so geil, dass es in dieser Welt jemanden gibt, der Ulf heißt, aber im Deutschen und im Englischen ist es einfach Ulf. Für mich ist es Kneipen-Ulf und Salat-Schläger-Ju. Ich feiere die beiden auch, also ich habe ja schon, ich fühle mich das erste Mal schlau bei House of the Dragon, weil ich ja immer die Vorlagen nicht kenne und sowas. Und ich habe ja, glaube ich, letzte Folge gesagt, dass ich glaube, dass sie beide noch einen Drachen besteigen werden. Ja. Ja, und wie gesagt, das tun sie auch. Aber vorher erfahren wir noch, dass, ja, Ulf ist irgendjemand, er sagt ja, er ist Balons Nachfahre, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so glauben kann, aber viel wichtiger, Hugh ist, er sagt, dass seine Mutter die Schwester von Viserys und Damon ist. Nee, die Tante. Genau, die Tante. Und das macht sie zur Tochter von Jaehaerys, dem König. Und deswegen, wer die Bücher gelesen hat oder zumindest Fire and Blood, weiß wahrscheinlich schon, es kann sich da eigentlich nur um eine Tochter handeln, nämlich um Sarah. Jetzt fühle ich mich wieder dumm. Ja, tut mir leid, da musst du jetzt durch. Aber du kannst jetzt hier was lernen und ihr da draußen auch, wenn ihr es nicht eh schon wusstet, Sarah war eine der Töchter von Jaehaerys und die war immer so ein bisschen wild, hat sich nicht viel sagen lassen, hat immer alles selber bestimmt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass sie schon in sehr jungen Jahren von zu Hause weggeschickt wurde in ein Nonnenkloster und da sollte sie dann erstmal wieder zur Vernunft kommen. Also es wurde schon gesagt, dass sie wohl nicht zur Nonne werden muss, sie muss keine Scepter werden, aber sie soll da erstmal wieder ein bisschen zur Vernunft kommen. Fand sie aber auch nicht geil und deswegen hat sie sich gesagt, Peace out, Freunde. Ist heimlich abgehauen nach Liz und hat da dann in einem Bordell angefangen und da wohl ganz schön viele Kinder bekommen. Also unter anderem auch eben, wie nennst du ihn? Der Salatschläger. Der Salatschläger Hugh, der jetzt in Westeros auf Drachenstein gelandet ist und da sich den krassesten Drachen überhaupt geangelt hat. Also das finde ich auch, ich finde diese ganze Szene war wirklich von Anfang bis Ende so geil. Diese Aufmachung erstmal, dass der Orden gesagt hat, was fällt dir ein, das machen wir hier nicht, finden wir alles scheiße, wir gehen. Vorher das Gespräch noch mit Jace, also zwischen Jace und Rhaenyra, was ich zuerst so ein bisschen unangenehm fand, weil das schon so, ja, der Royal Racist Jace, der sagt, was Mischlinge, das wollen wir nicht. Aber ich finde auch den Konflikt, den sie da aufmachen, interessant, weil es sich ja wirklich ein bisschen bestätigt, also oder seine, die Sorgen, die er hat, schon Hand und Fuß haben, weil natürlich er konfrontiert ja seine Mutter damit auch, dass er ja auch eigentlich ein Bastardkind ist. Ja. Und was heißt sein Anspruch dann noch, wenn jetzt eine Bastardarmee hergestellt wird und die auch noch Drachen reiten, weil das irgendwie das Einzige war, was ihn noch abgehoben hat. Ja, ja, es tut einem wirklich leid. Ja, ich finde ihn auch als Charakter immer interessant und er kriegt ja immer mehr Screentime. Die Sache, die ganze Szene in der Höhle ist natürlich auch geil, weil ich fand, das war das erste Mal jetzt in der Staffel, was ich so ein bisschen vermisst habe, dass du eine große Szene hast, die aber wirklich mal nonverbal irgendwas erzählt, weil ich finde, es fühlt sich auf einmal an, als ob du einen Godzilla-Film guckst. Erstmal hast du so ein krasses Gefühl dafür, wie groß dieser Drache eigentlich ist und wie zerstörungswürdig er ist. Also es ist ja ein richtiges Massaker, was er da anrichtet. Ja. Und du kriegst mit, Rhaenyra sagt ja davor die ganze Zeit, sie möchte eigentlich jetzt Drachenreiter haben, damit nicht so viel Blut vergossen wird. Sie nimmt aber natürlich komplett in Kauf, dass sie jetzt da total kollateral stehen hat, was sie auch... Das ist wirklich... Sie ist in diesem Moment Lord Farquaad. Sie sagt wirklich, also nicht wirklich, aber indirekt sagt sie... Schön für sie, ja. Ja, sie hat auch hier die schöne Szene mit Vermithor, dass sie sich selber... Da hab ich schon kurz gedacht, okay, bauen die jetzt eine Bindung aus? Lässt sie jetzt ihren eigenen Drachen irgendwie links liegen? Aber nee, es war aber sehr schön, allein wegen des Soundeditings, dieses ganze... Ey, sowieso, das ganze Sounddesign in der Serie ist so wahnsinnig. Gerade was sie mit den Drachen machen, da holen sie auch nochmal mehr raus als bei GOT. Ja, wir haben jetzt endlich diese Szene von den Promobildern bekommen, wo sie alleine vor Vermithor steht und das ist so ein mächtiges Bild. Aber in der Folge selber, sie klärt das alles und sagt, ja, okay, ciao, ich kann jetzt nichts mehr machen, ne? Viel Glück euch, chillt auf ihrem Balkon und die werden dann alle nach und nach abgefackelt oder gegessen. Ich hab mich auch gefragt, warum haben sie Vermithor nicht vorher einfach kurz noch ein bisschen paar Snacks gegeben, dass er sich nicht denkt, oh geil, er hat mir voll viel Essen hier hingelegt, nice, dankeschön. Ja, aber umso mehr hat es mich gefreut, dass wir dann halt zwei Charitere haben, die mal überleben und irgendwie was kriegen. Wir hatten ja dann Sir Stefan letztes Mal, der dann einfach da gegrillt wurde. Ich dachte auch kurz, dass sie Ulf einfach so nebenbei sterben lassen jetzt. Ja. Das wäre so eine krasse Game of Thrones Härte gewesen nochmal, wenn es auch so nebenbei irgendwie passiert. Umso schöner jetzt, dass er dann diesen Moment hat, wie er dann auch da über King's Landing am Ende fliegt und sowas. Ja, ja. Ich hab mich gefreut für ihn. Ich hab auch schon vermutet, weil er ja ganz zufällig auf Silverwing stoßt und da vorher noch in ihr Eiernest tritt und vielleicht war das der Grund, warum er jetzt Glück hatte. Also vielleicht ist Silverwing auch einfach nur ein bisschen ein gechillterer Drache als Vermithor und denkt sich, ach komm, ich hatte schon lange keinen Menschen mehr auf mir drauf, machen wir jetzt. Aber das ist ja auch in der Tierwelt so, dass man dann öfters irgendwie fremde Tiere mit dem Geruch vertraut, also mit dem Geruch von der Mutter und dass sie dann vielleicht gedacht hat, das ist eines ihrer Babys und dann war sie noch eher gewillt. Baby Ulf. Ja, Ulf und Hugh sind das jetzt, was spannend ist und natürlich auch sehr gut, aber halt auch irgendwo gefährlich sein kann. Ich mein, wer Salatschläger ist, der… Was schlägt der noch? Ja, es ist halt auch die Frage, wo sind seine, ja, wo sind seine Allies, wo sieht er sich am Ende? Denkt er nur an seine Familie und handelt danach oder sagt er wirklich, hey, Rhaenyra, ich bin jetzt dein Mann, du kannst dich auf mich verlassen, weil er hat jetzt mitunter den stärksten Drachen überhaupt. Ja, und er hat einen krassen Anspruch auch durch seine Blutlinie. Ja. Ich denke, dass seine Familie gar nicht mehr so ein Ding wird, weil wir erfahren ja im Nebensatz, dass seine Tochter einfach gestorben ist. Mhm. Fand ich auch ziemlich krass, dass das dann so nebenbei passiert, gibt der Figur nochmal so eine Tiefe. Ja. Natürlich, er lässt auch seine Frau irgendwo dann da liegen, um diesen Anspruch, aber er hofft natürlich auch auf ein besseres Leben, wie alle von den Bastards. Ja, ja. Und wie auch Ulf, der hier auf seinem Joyride, als hätte er sich irgendwie einen Porsche ausgeliehen oder so, fliegt mal kurz über King's Landing. Die Bewohner natürlich alle am Schrein denken sich, geil, der nächste Tod steht bevor. Ich dachte kurz, jetzt geht's los. Ja. Vor allem, weil ja auch Damon, äh Damon, weil Aemond direkt losgesprintet ist mit seinem Pferd. Das fand ich auch einen sehr schönen Shot. Hier, ähm, Veigar besucht hat und gesagt hat, let's go. Und dann hatten wir diesen Moment, der jetzt eigentlich so zementiert, was gerade passiert. Denn, äh, er war bereit, Aemond war bereit, mitsamt Veigar den nächsten Drachen zu killen und mitsamt Drachenreiter. Hat dann aber gesehen, kurz vor Dragonstone, oh. Holy shit. Scheiße, ähm, da hab ich eigentlich gar keine Chance mehr. Und er hat das erste Mal, das ist ja fast eine Spiegelung zur letzten Folge aus Staffel 1, er hat Veigar diesmal im Griff. Ja. So, ich finde auch übrigens Veigar immer noch, also ich kann diese ganzen Drachen alle nicht unterscheiden, der eine ist groß, der eine ist klein und sowas, die sehen alle cool aus. Aber Veigar, wirklich, dieses Design von Veigar ist so unfassbar geil, der wirkt ja wirklich wie so ein hunderttausend Jahre altes Biest, was da noch raus angegraben wurde. Richtig Hammer. Ist so, ich glaub, an die 180 plus minus. Aber das geht ja noch nicht. Wie alt wird denn so ein Drachen? Du kennst dich ja aus. Oh, ich weiß gar nicht, ich glaub, die werden schon... Aber er ist schon sehr alt für Drachen auch, oder? Ja, ich glaub, die meisten, also die toten Drachen sind eigentlich, glaub ich, nur im Kampf gestorben, außer Baelon. Ach krass, okay, ja. Ja, sie werden auf jeden Fall ein bisschen älter als wir Menschen und da ist jetzt halt der Vorteil bei Vermithor, weil Vermithor ist halb so alt und eben nur ein bisschen kleiner, also noch ein bisschen fitter. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freu mich auch schon darauf, wenn wir ihn dann mal im Hellen sehen, wenn die Flügel sich... Ja, Aua! Entschuldigung, da war ich ein bisschen motivierter. Wenn die Flügel sich das erste Mal richtig ausbreiten und wir ihn dann in voller Glänze und Blüte sehen. Mal gucken, wann das passieren wird, ob das schon nächste Woche wird. Und das Ding ist jetzt halt, die Grünen, deswegen hab ich ja am Anfang gesagt, es sieht sehr schlecht um sie aus, denn so richtig kampffähige Drachen haben sie jetzt gar nicht mehr so viele. Sie haben, wie gesagt, Veigar, dann Dreamfire, der Drache von Helena und ja, der Drache von Aegon ist ja schon auch schlimm verletzt worden. Da wissen wir immer noch nicht ganz, wie der Status ist, ob der überhaupt noch lebt. Das sowieso, genau. Das ganz, also vorerst erstmal nicht, denn wir haben ihn ja auch gesehen in King's Landing, wie er jetzt gezwungen wird, von Salaris zu trainieren oder wieder gesund zu werden und halbwegs fit zu werden. Wirklich, ich frag mich die ganze Zeit, ich verstehe nicht so ganz, was ist Salaris' Plan? Ey, Salaris finde ich sowieso, das ist so Peter Baelish von House of the Dragon. Den findest du immer irgendwie ganz geil, wenn er nicht so gefährlich ist, aber ich glaube, das kann noch so eine richtige Hassfigur werden. Ich find auch jetzt, ich hab ja letzte Woche gesagt, dass es immer diese eine Ekelszene pro Folge geben muss bei Aegon. Jetzt ist es keine Ekelszene, aber ich find, wie er da durchgescheucht wird und die ganze Zeit schreit, während er läuft sowas, fand ich fast verstörender, als wenn da sein Knie oder sein Haut dann abgezogen wird und sowas. Das fand ich so richtig unangenehm einfach. Es tat mir auch wirklich sehr leid, also er hat ja irgendwie gerade nichts. Seine Mutter ignoriert ihn einfach komplett, die geht lieber in den Urlaub in den Wald. Seine Freunde sind auch nicht mehr da, die hat Eamon direkt mal zur Wall geschickt wegen Verrat. Wen hat er denn jetzt noch? Helena kümmert sich auch nicht, die spricht lieber mit den Grillen. Ja okay, die ist auch komplett verstört einfach, was soll die noch machen. Ja, die Arme. Darf ich kurz zu Alison im Wald was sagen? Ja, ich geh sie lange raus. Hier kann man dazu nicht sagen. Ich fand das richtig nice. Ich guck mir gerne so eine, wie nennt man das? Es gibt doch mal Bottle-Folgen, sagt man doch, ne? So eine Bottle-Folge hätt ich gerne oder eine Spin-Off-Serie mit drei Folgen oder sowas, einfach Alison im Wald. Ich finde, das ist ja, was ich letzte Woche auch bemängelt hab, weswegen ich auch Staffel 2 nicht ganz so geil finde wie 1. Es ist mir zu plotlassig, was komisch zu sagen ist beim Game of Thrones Spin-Off, aber es ist mir zu viel Plot, 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 Plot. Und du hast nicht diese Momente, wie jetzt zum Beispiel in dieser Folge, diese Drachensache und sowas, wo es wirklich mal visuell was ist, was irgendwie dadurch einfach nur was erzählt, was wirklich das nutzt, dass wir einfach eine Serie da gucken. Und ich finde, dieser Alison-Moment ist total magisch irgendwie. Ich finde, der bricht total raus, das ist mal was Neues. Wir waren ja halt ewig nicht in irgendwelchen Wäldern und sowas. Und keine Ahnung, wie sie da einfach sich in den See legt und man ihr Haar da sieht, ist so eine Szene so nur für sich. Und das finde ich irgendwie schön, dass das auch mal Platz haben darf, auch in der vorletzten Folge einer Staffel. Also es sah sehr schön aus, aber ich muss sagen, also House of the Dragon, Lady in the Lake Version, das brauche ich jetzt nicht. Es muss doch einfach nur Vibes geben, Mann. Es darf doch mal sein. Dafür sind die Drachen da. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht mehr, Alison. Ich brauche viel lieber. Und da war ich, das heißt nicht sauer, aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Aber der Thumbnail von Wow, da war Otto. Otto Hightower war drauf. Und ich bin gestartet aus der Folge und dachte mir, geil, Alter, Otto ist zurück. Hoffentlich mit Darren, also Alicins drittem Sohn im Gepäck, weil Darren hat halt auch nochmal einen Drachen, Tessarien, den wir wahrscheinlich hoffentlich jetzt auch noch sehen, weil eine andere Chance haben die Grünen sonst ja nicht. Aber Otto war nicht da. Otto war nicht da. Stattdessen, ich dachte, okay, vielleicht zeigen sie Alicent jetzt bei ihrem Urlaub im Wald, um dann Otto da irgendwie reinzubringen, dass er schon auf dem Weg zurück ist. Aber nee, es war einfach ein bisschen Me-Time für sie. Schön, schön. Freut mich. Ja, wer diesmal ein bisschen weniger Me-Time hatte, war Damon auf Harrenhal. Also ich fand's, diesmal war ich gar nicht so enttäuscht, weil wir haben dadurch und witzigerweise haben wir im Büro, habe ich mit jemand anderem und das werdet ihr wahrscheinlich in Sebastians Video, guckt es euch an, weil wir hatten wirklich genau dasselbe Wording. Wir haben beide gesagt, wie geil, Oskar, die dicksten Eier Westeros. Oskar holt sich die ganzen Riverlords her, macht vorher noch im Einzelgespräch mit Damon einen auf, ja, ich bin so eine kleine Maus, ich weiß, und ich bin ja eigentlich noch jung und ich weiß ja nichts. Und dann lässt er ihn wirklich vor versammelter Mannschaft vorlaufen. Es war der Roast von Damon, hosted von Oskar mit den dicken Eiern. Ich hab auch kurz gedacht, weil sie stehen ja an dem Baum, wo Alice Rivers eben gesagt hat, dass er da sterben wird, dass sie ihn jetzt alle lynchen werden. Nee, das würden die sich nicht, dann wäre ja alles vorbei. Aber ja, der Tod wird da wahrscheinlich eh noch kommen, aber dafür hatten wir jetzt einen anderen Tod, nämlich den von Lord Blackwood. Und da hab ich mich auch gefragt, weil Oskar eben gesagt hat, ja, ihm ist verziehen, aber er muss seine Strafe bezahlen. Und er hat quasi Damon gesagt, du musst ihn jetzt killen. Da hab ich mich gefragt, würde Rhaenyra das machen? Also sie hat nicht, dass sie Probleme damit hat, Leute umzubringen, die, naja, die Rechenschaft zahlen müssen, aber würde sie sich quasi dazu zwingen lassen und nicht einfach selber sagen, ich bin die Königin, das habe immer noch ich zu entscheiden. Und ich kann auch sagen, dass jemand, weiß ich nicht, dann schickt sie ihn zur Wall oder so. Ja, aber ich glaube... Vor allem, weil es ja Daimons Auftrag war. Ich glaube, Rhaenyra wäre nie in so eine Position gekommen. Es geht ja auch in der Szene wirklich darum, Damon auch mal von außen vor Augen zu führen, was er da eigentlich anrichtet und dass er nicht diesen Ego-Trip die ganze Zeit so weiterfahren kann. Ja. Er wird mal wirklich klein gemacht, so ein bisschen. Ich fand auch vor allem geil, danach haben wir nochmal eine Traum-Szene, die hören nicht auf, aber sie werden endlich gut, seit Viserys da ist. Ja, Visi T, I love you. Ja, ich fand das wieder richtig toll, du warst ja davor noch, geht er durch den Gang und du siehst so einen Ziegenbock. Ja, schon wieder. Teuflische Symbolik dann wieder und sowas. Dann ist Viserys da und er sagt ja eigentlich, zitiert ja fast Shakespeare, the head that wears the crown, nee, keine Ahnung, wie das geht. Heavy, heavy lies the head that wears the crown. Genau, ich musste mal an die Kendrick-Line denken, deswegen komme ich durcheinander. Ja. Genau, auch so ein gepeinigter Typ da, der Damon ja anscheinend doch mehr verfolgt, als man eigentlich früher gedacht hätte. Ja, und spannend, dass er hier auch erstmals die Krone ablehnt. Also, Visi T oder Viserys gibt sie ihm ja direkt und sagt, willst du sie haben? Aber er nimmt sie nicht. Also, vielleicht merkt er es langsam, ich bin wirklich nicht dafür gemacht, das ist nicht, was ich will. Lieber chill ich noch 300 Jahre auf diesem verfluchten Ort und trinke hier den, also ich hoffe nach wie vor, er macht das nicht und kommt jetzt endlich mal zu Sinn. Ich frage mich auch, wo bleibt dann hier der Typ vom Rat? Der wurde doch extra geschickt. Also, wie lange braucht er denn auf seiner kleinen Reise? Naja, vielleicht nächste Woche. Aber ja, auf jeden Fall hat Damon hier einen ordentlichen Einlauf bekommen. Es war wirklich sehr schön anzusehen und das sage ich als großer Damon-Fan. Ich hoffe, wir sehen noch mehr von Oskar und seinen gigantischen Eiern. Das war wirklich sehr beeindruckend. Der ist 14 oder so. Ich rede doch nicht von, ich rede doch nicht von seinen, ich rede von metaphorischen Eiern, nicht von seinen wirklichen... Nein, die will ich nicht sehen, aber was ich sehen will, ist Raina, die jetzt im Vale einfach abgehauen ist, wo ich mich auch frage, so der Rest ist auf dem Weg nach Pentos und sie hat gesagt, Okay, ciao, nee, ich, warte, was, was ist denn da? Wie sie auch abhaut, so. Ja. Einfach da zur Seite. Und niemand juckt's. Aber es ist auch okay, weil sie ist scheinbar ganz offensichtlich auf der Suche nach Sheepstealer, dem Drachen, der da im Vale in den Bergen irgendwo rumchillt. Und ja, ich weiß nicht, also ich bin dafür, dass sie den bekommt, weil sie hat ja wirklich schon alle anderen um sie herum, haben Drachen links und rechts. Stell dir mal vor, du erfährst sogar, dass jetzt jeder Bastard in Westeros einen Drachen hat. Ulf! Ulf hat einen Drachen und sie nicht. Also ich hoffe, dass sie da auch noch einen bekommt und das wäre halt auch wirklich krass für Team Black. Ja, ich denke, das wird sich nächste Woche direkt klären. Sie haben dann, wenn ich mich nicht täusche, sieben beziehungsweise sogar acht Drachen, wenn Sheepstealer noch dazu kommt und also mit Cyrax, also dem Drachen von Daemon. Und dann sind sie ja eigentlich kaum zu schlagen. Ja. Also, you never know, es kann auch sehr viel passieren, es kann sehr viele Leute sterben und wie gesagt, Darren und sein Drache Tessarian sind auch noch irgendwo unterwegs in Old Town. Also vielleicht kommen sie ja mitsamt Otto im Schlepptau und versuchen da irgendwas wieder zu retten. Irgendwie sowas wird passieren. Ich denke halt, meine kleine Befürchtung, die ich hatte die letzten Wochen, wahrheitet sich, dass es halt auch diese Staffel nicht losgehen wird, sondern es wird halt wieder auf einem krassen Cliff engern. Ja. Wir werden sehen, wie dann nächste Woche wird. Ich glaube trotzdem, es war eine sehr, sehr gute Staffel bis hierhin. Ja. Aber ich glaube auch, wie gesagt, was ich letzte Woche meinte, es wird, glaube ich, die Staffel sein, wo man, wenn Staffel 4 irgendwann raus ist, dann sagt, wenn man eben die Serie empfiehlt, so, ja, Staffel 2 muss so ein bisschen durch. Ich glaube schon. Das will ich nicht unterschreiben. Wir haben immer noch Folge 4, die wirklich bombastisch war und ich finde auch nach wie vor die Folgen danach nicht schlecht, aber... Es ist trotzdem eine sehr gute Staffel. Ja, und ja, ganz bestimmt wird der richtige Tanz der Drachen dann erst in der nächsten Staffel beginnen und ich hoffe so sehr, dass wir nicht wieder zwei Jahre darauf warten müssen. Doch, werden wir. Ja, vielleicht kriegen wir ja bis dahin Alison, The Lady in the Lake. Dann freut sich wenigstens Hardy. Amen. Ja, ich hoffe, ihr freut euch auch. Schreibt uns gerne in den Kommentaren, auf was ihr euch... in dieser Folge am meisten gefreut habt, wie groß die Eier von Oskar wirklich sind. Keine Ahnung, endlich was, würde ich sagen. Und wir sehen uns Donnerstag. Ja, zum Stream.